Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute einen ganz tollen Esstisch von der Firma Sören aus Holland in Eiche massiv natürlich geölt, mit offenen Ästen, so wie der Baum gewachsen ist, was ganz Natürliches. Der Tisch heißt Houten Glas, Houten, H-O-U-T-E-N, Glas mit zwei A. Ist 2,40 Meter lang, 1 Meter breit, ein schönes Maß, um zwei Teller und eine Schüssel dazwischen zu stellen und aus Kerneiche massiv. Nun, was gibt es Positives zu sagen? Die Optik natürlich ist einzigartig mit den offenen Ästen, mit dieser tollen Platte mit Ästen sichtbar verarbeitet. Wir haben vier Stempelfüße, die unten nach innen versetzt angebracht sind. Wir haben unten, das sehen Sie jetzt nicht, zwei Metallstreben hier und hier, die quer verlaufen, um den Verzug des Tisches zu minimieren. Wir haben eine sehr hohe Stabilität. Das zeige ich Ihnen. Also dieser Tisch hier, da können Sie Feste drauf feiern, da können Sie drauf tanzen, da passiert gar nichts. Wir haben eine tolle Qualität. Der Tisch kam roh zu uns, muss ich Ihnen sagen, also ohne Behandlung. Aber wer kauft mir einen rohen Tisch ab? Wir haben zwei Tage lang ihn leicht angeschliffen, geölt und jetzt hat er eine so tolle Struktur, dass wir ihn eigentlich gar nicht hergeben wollen. Aber wir haben uns dazu entschlossen, ihn doch zu verkaufen und bieten ihn jetzt an. Söhrentische ist einer der führenden Massivholztischhersteller in Holland. Ich habe ihn mal bei Willi Schillig kennengelernt und habe dann ihm die Messestücke, Prototypen, Fotomuster abgekauft. Und das ist ein Stück davon. Und diesen bieten wir jetzt zum Vorteilspreis an, weil es eben von einer Sunderpräsentation ist. Wenn Sie ihn live anschauen wollen, kommen Sie hier nach Empfingen. Wenn Sie ihn online anschauen wollen, gehen Sie auf profischnapp.de und geben oben rechts Huten mit O-U-Glas mit Doppel-A ein. Und dann kommen Sie zu diesem Tisch. Eine Empfehlung von mir an Sie, Huten-Glas von Sören. Schnappen Sie zu. Dankeschön. Und tschüss. Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de